und damit herzlich willkommen zurück auf meinem kanal und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video und zwar habe ich für euch jetzt wieder ein pogey spiel just the phrase nennt sich das ganze insgesamt ist es sechs mal platinierbar also es ist sechs für stackable zeit braucht ihr ungefähr plus minus zwei stunden und im folgenden sind mal alle lösungen und die genaue beschreibung was ihr genau tun müsst um eben alle 40 trophäen zu erhalten so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020